Maximal 40 Zentimeter hoch und das ist die Mama von den L-Welpen. Also sie ist auch so plüschig und halt eine kleine Mami, die sich mit einem großen Buben vergnügt hat. Oder? Ja, süße Mausi. Ein süßes Mädchen ist das Ganze, eine liebe, freundliche, verträgliche, ein bisschen zu dicke Hündin. Ruhig. Aber ich hoffe, dass sie bald einen Platz findet und im März mitkommen darf. Weißt du dich auch viel filmen von vorne? Nein, nur von hinten. Tja, sowas. Ja, das sieht man. Hallo, hallo, oje, oje. Da müssen wir noch arbeiten, was ist denn das? Hey, nein, 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 nein.